Einen wundervollen guten Tag zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz schnell angucken, was eigentlich die Funktionen Zip und Unzip machen. Zip ist dazu da, um zwei Ineinander oder zwei Listen oder Iterables eigentlich sogar miteinander zu verknüpfen. Das bedeutet, ihr habt danach nicht mehr zwei Listen, sondern eine Liste aus Paaren und das ist ein ziemlich interessanter Fakt. Ich zeige euch gerade mal, wie das hier aussieht. War zweite Basic List ist gleich List of. So, wie machen wir das? Wir sagen hier einfach nur hohe Zahlen 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, und wenn wir das jetzt hier verwenden, wir brauchen das Paar aktuell noch nicht, wir brauchen das Paar, um für uns im Kopf zu haben, wie das eigentlich dann aussieht. Wenn wir das jetzt hier verknüpfen wollen, nehmen wir erstmal die Basic List und zippen das jetzt, quasi wie ein Reißverschluss, wirklich. Kann man sich so vorstellen. Also Zip oder Zipper heißt Reißverschluss auf Englisch. Ähm, deswegen dieses Zip, äh, es hört sich sogar an wie ein Reißverschluss. Zip. Ja, krass. Ähm, wahnsinnig faszinierend, ne? Okay, da schmeißen wir einfach die zweite Basic List rein und was dabei rauskommt ist, ups, sorry, ähm, das war so nicht gedacht. Ähm, was dabei rauskommt ist hier eine gesippte Liste. Das heißt, wir haben hier einmal 4, 6. Das ist das erste Element dieser Basic List und das erste Element dieser zweiten Basic List. Dann haben wir 1, 7, jeweils das zweite Element, ähm, 2, 8, das jeweils dritte Element, 0, 9, das ist jeweils hier das vierte Element, 3 und 10, das ist das und das und dann haben wir 4 und 11. Achtung, hier direkt der Aufruf, Vorsicht bei der Länge der Listen. Wenn die Dinger nicht gleich lang sind, dann hört es nach der kürzeren Liste auf. Und das bedeutet für euch, wenn ihr hier jetzt tatsächlich nur 6 Elemente drin habt und hier habt ihr 7 Elemente drin, dann werden hier von dieser Liste nur die ersten 6 Elemente verwendet, okay? Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr das, ähm, ja, damit ihr das im Endeffekt verstanden habt und auch wisst, dass da Vorsicht geboten ist, ja? Ähm, so, diese gesippte Liste besteht jetzt aber nur aus Paaren, das heißt, ich habe hier das Paar und genau deswegen habe ich euch letztes Video gezeigt, wie ihr mit Paaren umgehen könnt. Habt ihr hier ein Paar, dann habt ihr hier ein Paar, dann habt ihr hier ein Paar und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt das zum Beispiel, ihr müsst da nicht gleiche Typen dabei haben. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Indexliste haben, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder sowas oder am besten sogar von 0 angefangen zu zählen, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann habt ihr vielleicht eine Liste aus euren eigenen Datentypen, also zum Beispiel Personen, ja? Oder ihr könnt zum Beispiel eine Liste haben mit Adressen und eine Liste mit Personen und ihr wisst, die sind gleich sortiert und dann sippt ihr die einfach zusammen und schon habt ihr Paare aus Personen und Adressen oder sowas oder Telefonnummern und Personen. Solche Dinge kann man da wunderbar damit machen. Und ja, genau so funktioniert das im Endeffekt. Okay, was wir jetzt hier machen ist, wir schreiben uns das in eine separate Variable. Sippt ist gleich das da. Und jetzt können wir hier tatsächlich hergehen und wieder ansippen. Ja, das funktioniert genau gleich, nur dass ihr dann am Ende, wir werden sehen. Sippt Punkt, Punkt, Ansipp. So, und ansippt, da können wir gerne mal drüber hovern oder mir das anzeigen. Oh, nee, das wollte ich nicht machen. Das ist, wenn ihr Steuerung drückt und auf diese Funktion drauf drückt, dann seht ihr den, seht ihr im Endeffekt den Code von der, von der Kotlin Implementierung, okay? Das könnt ihr gerne mal machen, das ist allerdings jetzt hier, greift das ein bisschen zu weit. Wir können aber gerne, falls ihr euch das wünscht, noch ein Let's Read machen, sozusagen zu einem Haufen Kotlin Code. Und, wenn ihr euch das wünscht, schreibt mir das irgendwie, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt. Okay, wir sehen auch hier, wenn wir hier drüber fahren, na komm schon, zeig mir das an, dass wir hier eine, ach, das ist unpraktisch. Ich mach das mal so, Ansipp, so. Nein. Okay, jetzt. Wir sehen hier, dass wir ein Iterable brauchen, das Paare vom Typ int int bekommt, okay? Beziehungsweise, das, das hier quasi, ähm, das ist unser Parameter. Also, wir haben hier Paare vom Typ int int. Und unsere Ausgabe hat dann wieder Paare vom, oder ist ein Paar vom Typ Liste int, Liste int. Das heißt, wir bekommen danach, überlegt mal kurz, was wir da bekommen und dann schaltet ihr wieder ein. Genau. Wir bekommen hier, kein Fehler, sondern ein Paar. Also, wir sehen, das ganz außen ist ein Paar. Und in diesem Paar liegen zwei Listen. Also, hier einmal die erste Liste, hier einmal die zweite Liste. Das waren davor eben diese gesippten Listen. Das heißt, wir hatten vorher 4, 6, 1, 7, 2, 8, 0, 9, 3, 10 und 4, 11. Und jetzt nimmt man sich jeweils das erste Element und packt das in eine Liste. Und dann nimmt man sich jeweils das zweite Element und packt das auch wieder in eine Liste. Und dann packt man die beiden Listen einfach in ein Paar. Okay? Das ist quasi das Gegenstück zum Sippen. Deswegen Ansipp. Und, ähm, Achtung, hier auch wieder, das Element 12 ist völlig verloren gegangen. Also, das ist gar nicht mehr da, weil das eben schon in der Sipp-Liste einfach verloren gegangen ist. Gut. Ähm, ja. Und das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Mal. Ich hoffe, ich kann euch da noch ein paar praktische Anwendungsfälle in unserem Praxisbeispiel zeigen. Dann am Ende. Oder später. Nicht ganz am Ende. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.